Guten Morgen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Weekend Vlog. Und zwar habe ich mir überlegt, da es sich bei mir einfach nicht lohnt, so eine Art Vlogmas zu machen, da ich ja jeden Tag beim Praktikum bin und da auch nicht filmen kann und jeden Tag einen Vlog hochzuladen wird, einfach gar keinen Sinn machen. Da dachte ich mir, dass ich eine Art Wochenend Vlog mache. Und zwar ich quasi jedes Wochenende mitnehme und einfach so ein bisschen zeige, was ich mache, weil da wird ja hauptsächlich irgendwas passieren, weil in der Woche ist leider dann nicht mehr so viel Zeit. Und ja, ich hoffe, das wird euch gefallen. Ich hoffe, dass ich da dranbleiben kann, werde. Ich bin auch im Schlammanzug, wie man sieht, habe mir gerade einen Tee gemacht, habe jetzt halt wie gesagt noch ein bisschen Entspannungszeit, bevor ich mich fertig mache und ich dachte, wir machen jetzt erstmal meine Adventskalender zusammen auf. Wundert euch nicht, dass es so hell ist. Ich habe hier meine Lampe an, weil es draußen noch total dunkel ist. Und ja, ich liebe meinen Nachttisch hier. Das ist meine kleine Nachttisch-Ecke. Ich finde, das sieht so schön aus mit der Deko. Und da seht ihr meinen Adventskalender. Der ist von H&M. Den hatte ich letztes Jahr auch schon und ich mag den sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist so der einzige Adventskalender, wo sich der Preis irgendwie wirklich lohnt. Und den habe ich von meinem Freund geschenkt bekommen. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir mal die 8 auf. Die ist nämlich hier unten. So, das war heute drin. Das ist so eine ganz lange Kette. Und dann kommen im Adventskalender so verschiedene Anhänger, die man da dran machen kann. Das finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Also du kannst die mal austauschen. Und heute war so ein süßes Herzchen dabei. Und das hier ist übrigens mein zweiter Adventskalender. Das sind nur 12 Days. Deswegen mache ich da halt nur jeden zweiten Tag einen auf. Der ist von der Marke Organic Botanic Australia. Den habe ich bei Tickelmax gefunden. Und der ist echt sehr, sehr cool. Also wie ihr seht, ich habe erst die 1 und die 2 aufgemacht. Und jetzt kommt die 3. Allerdings sind die Produkte da etwas schwierig rauszuholen. So, das war drin. Ich zeige es euch jetzt einfach mal, bevor ich es raushole. Und zwar ein Face Scrub mit Mint und Shia Butcher. Und die Produkte sind einfach richtig cool. Also der Adventskalender hat, glaube ich, 12 Euro gekostet. Also super günstig. Und da sind mega große Größen drin, wie ihr seht. Also 50ml. Das finde ich echt richtig viel für einen Adventskalender. So, jedenfalls, bevor ich jetzt gleich frühstücke. Ich trinke gerade schon Tee. Ich wollte euch nochmal kurz meine Taste zeigen. Ich liebe die. Die ist von Asus. Der einzige Nachteil ist, dass man die leider nicht in die Mikrowelle tun kann. Denn, wie ihr seht, dieses Goldene wird super heiß. Deswegen etwas doof. Aber ich finde sie trotzdem so wunderschön. Deswegen habe ich sie trotzdem behalten. Ich höre jetzt gerade mein Harry Potter Hörbuch. Falls ihr es noch nicht wisst, ich bin total Harry Potter addicted. Und höre ständig alle Teile als Hörbücher momentan. Das ist so meine richtige Addiction. Und ich mache mein Bullet Journal Setup für 2018 fertig. Damit habe ich gestern Abend nämlich angefangen. Und da war eine Aquarellzeichnung. Also Aquarell. Ein Teil Aquarell drin. Der musste halt trocknen jetzt über Nacht. Und wenn ihr Lust habt auf ein Bullet Journal Video oder generell Bullet Journal Videos. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann könnte ich das im nächsten Jahr mal machen. So ihr Lieben. Ich bin jetzt fertig geschminkt. Wundert euch nicht. Ich weiß, meine Wimpern sind super leer schon. Also die müssen dringend aufgefüllt werden. Allerdings, weil ich immer bis halb sieben Praktikum habe, schaffe ich es leider in der Woche nicht. Und deswegen habe ich erst nächste Woche einen Termin, was echt scheiße ist. Weil die sehen nicht mehr so toll aus. Aber naja, das kann man jetzt nicht ändern. Ich bin jetzt fertig geschminkt. Werde jetzt schnell frühstücken. Ziehe mich an. Und dann geht es auch schon los. Also das ist mein Frühstück. Das ist ein Frischkäse-Lachs-Bagel. Und ein paar Tomaten dazu. Und ein Glas O-Saft. Jetzt habe ich kurz mal ein Outfit. Das ist total casual. Einfach graue Jeans. Diesen super kuscheligen Pulli. Der ist von New York. Kar-Jeans ist von Topshop. Und dazu weiß ich gerade noch nicht. Werde ich euch gleich nochmal zeigen, was für eine Jacke ich anziehe oder was für Schuhe. Aber bei der Arbeit braucht man sich ja nicht so super aufzustylen. Das ist jetzt mein letztendliches Outfit. Ich habe hier diesen dicken Winterschal von Vila an. Meine Zara Winterlederjacke. Und diese Schuhe hier von Bershka. Die sind übrigens richtig bequem. Und kann man sehr gut für jeden Tag anziehen. Ich freue mich. So, ich hoffe ihr hört mich. Ich bin jetzt am Reumarkt und ich treffe mich jetzt mit meinem Freund, der ist gerade noch bei Losteria. Und danach gehen wir auf den Weihnachtsmarkt. Ich freue mich, weil ich war dieses Jahr noch gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich glaube, das wird richtig nice, weil der hier ist mega, mega schön. Wir sind im Auto. Wir waren jetzt schon auf dem Weihnachtsmarkt. Allerdings war es einfach so voll, dass es echt keinen Spaß gemacht hat. Und auf jeden Fall wird es wieder nach Hause. Wir haben noch was gegessen. Ich war gerade noch bei Tickelmex. Zwei coole Sachen gekauft, die zeige ich euch später. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich auch nur noch chillen und nichts Besonderes mehr machen. So ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Was ich bei Tickelmex gekauft habe, zeige ich euch morgen, denn es ist super dunkel in meinem Zimmer. Und ich zeige euch das bei gutem Licht. Ich ziehe mich jetzt schnell um, also ziehe mir was Gemütliches an. Das heißt Jogginghose. Und dann fahren wir zu meinem Freund. Und da werde ich dann auch heute Abend bleiben. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt nochmal von euch. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Samstag, beziehungsweise guten Nachmittag. Es ist gar nicht mehr morgens. Ich glaube, wir haben schon zwei oder halb drei. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich war den ganzen Morgen noch bei meinem Freund. Ich habe sehr, sehr lange heute geschlafen, weil ich echt von der Woche ziemlich kaputt war. Ja, ich werde jetzt erstmal duschen gehen, meine Haare waschen und dann mal schauen. Ich habe irgendwie noch nicht so große Pläne für heute. Ich werde mein Zimmer ein bisschen aufräumen. Mir ist es super chaotisch irgendwie. Und dann heute Abend wollte ich eventuell Plätzchen backen. Eigentlich wollten wir feiern gehen. Aber es ist super am schneiden. Und ich habe ehrlich gesagt bei dem Wetter überhaupt keine Lust in die Stadt zu fahren. Und auch nachts wieder zurück zu fahren. Und es ist einfach arschkalt draußen. Deswegen werden wir wahrscheinlich eher nicht feiern gehen. Und deswegen wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass es ein gemütlicher Abend auf der Couch wird. Mit Plätzchen. So, bevor ich in die Dusche springe, wollte ich euch noch schnell zeigen, was ich gestern bei Tickelmax gekauft habe. Ich hoffe, ihr könnt es gerade überhaupt richtig erkennen. Und zwar diese mega geile Nachttischlampe. Die ist innen drin so gold. Ich habe das Papier ja noch nicht abgemacht. Draußen so grau. Und hier hat die so richtig schöne goldene Füße und dann so ein echt ganz cooles Kabel. Und die hat einfach 25 Euro nur gekostet. Ja, also richtig, richtig cool. Ich werde sie euch nochmal zeigen, wann sie steht. Und dann habe ich noch diese unglaublich schöne Teetasse hier gekauft. Die ist so roségold und hat so Farbtupfer und hier oben auch so einen goldenen Rand. Also mega, mega schön. Es gibt generell bei Tickelmax richtig, richtig schöne Tassen. So, ich komme gerade aus der Dusche und ich dachte, wir machen noch schnell meinen Adventskalender zusammen auf. Ich komme. So ihr Lieben, ich habe jetzt so gut wie alle Papierkramsachen und Laptopsachen erledigt. Ich habe mir gerade die Nägel ablackiert, aber ich glaube, ich schaffe es jetzt nicht mehr, sie nochmal zu lackieren, weil ich muss jetzt einfach mal noch mein Zimmer aufräumen. Hier sieht es nämlich etwas chaotisch aus. Danach fahre ich dann wahrscheinlich zu meinem Freund und wir backen Plätzchen. Ich muss aber vorher nochmal kurz zur Edeka, weil ich noch Lebkuchengewürz kaufen muss dafür. So, wir haben jetzt alles besorgt, essen jetzt aber erstmal, weil wir auch Hunger haben. Danach geht's los. Guten Morgen ihr Lieben, es ist Sonntag, der zweite Advent und es ist noch relativ früh. Ich glaube, wir haben jetzt halb zehn und ich würde jetzt erstmal gemütlich mit meiner Mutter ein Adventsfrühstück machen. Und danach wahrscheinlich noch ein bisschen chillen, endlich mal. Und dann geht's heute Nachmittag zu meiner Partentante. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, inwiefern ich euch da mitnehmen kann. Aber ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß bei dem letzten Vlogtag und wir sehen uns später wieder. Und dann geht's heute Nachmittag. So ihr Lieben, ich bin jetzt fertig gemacht. Ich habe meinen neuen O-Ring hier drin von H&M. Das ist im Adventskalender, mega schön. Ja, ich zeige euch jetzt gleich nochmal kurz mein Outfit. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu meiner Partentante. Und draußen ist einfach nur der Horror, das ist totaler Schneesturm. Ich bin eigentlich mega casual angezogen. Ich habe hier diesen Reserved Moher-Pullover an, mein Gucci-Gürtel, eine Topshop-Jeans und Kuschelsocken, weil draußen ja so mega Schnee liegt. Und darüber ziehe ich jetzt gleich einfach meine dicke Zara-Jacke an und wahrscheinlich nach irgendeiner Mütze. Und dann geht's jetzt mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020